Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt. Ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen unserer Zeit. Unterschiedliche Weltanschauungen sind ein Element der Demokratie. Und ich glaube, dass wir auch unseren Vorfahren, wie Rosa Jochmann, die für Demokratie, Freiheit und Frieden gekämpft und gelebt haben. Und viele haben das mit ihrem Leben bezahlt. Aber dass in der gesamten Zweiten Republik dann viele unserer Vorväter und Vormütter für diese Demokratie, für soziale Gerechtigkeit, für den Fortschritt gekämpft haben, dass auf deren Schultern wir heute stehen. Und dass es wichtig ist, dass wir eine historisch gewachsene, breite politische Bewegung sind, die nicht als Fehler in der Vergangenheit passiert auch wären. Oder dass man im Nachhinein betrachtet, das eine oder andere anders machen würde. Aber wir können auf das aufbauen, was vor uns Generationen an Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten geschaffen haben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Zeitgespräche heute in einem ganz besonderen Rahmen. Wir sind hier im Reflektorium des Parlaments und meine Gesprächspartnerin ist heute die erste Frau im Staat. Die Frau, die die rankhöchste Funktion in unserer Republik inne hat. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass wir da sein dürfen, Nationalratspräsidentin Doris Bores. Schönen guten Tag. Vielen herzlichen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Ja, liebe Frau Präsidentin, wir dürfen, glaube ich, bei Dosen, wir kennen uns schon sehr lange, du hast diese wirklich sehr, sehr verantwortungsvolle Funktion jetzt als zweite Präsidentin des Nationalrates inne. Du hast eine wunderbare politische Karriere, hast als Bezirksrätin begonnen, warst dann im Parlament, hast dich für Mieterinteressen engagiert, warst immer auch eine sehr engagierte Frauenpolitikerin. Und bis dann in den Nationalrat gekommen und 2014 in Nachfolge der großen Barbara Brammer erste Präsidentin des Nationalrates. Und warst auch in dieser Phase sehr, sehr maßgeblich für den Umbau des Parlaments verantwortlich. Das war, glaube ich, auch etwas sehr Prägendes, diese Zeit. Ja, wobei die Voraussetzungen trotzdem gute waren, weil, wie ich die Sanierung dieses so bedeutenden historischen Gebäudes auch übernommen habe, waren alle gesetzlichen und finanziellen Voraussetzungen geschaffen. Und das deshalb, weil meine Vorgängerin, Präsidentin Barbara Brammer, dafür gesorgt hat, dass über alle Parteigrenzen hinweg es Einvernehmen darüber gegeben hat, dass es notwendig ist, dieses Haus und die Bausubstanz auch zu erhalten. Ich glaube, das ist ein Musterbeispiel auch dafür, dass, wenn es gelingt, Dinge aus dem politischen Streit herauszuhalten, Wenn man sich auch der Mühe unterzieht, diesen Dialog zu führen und versuchen, alle mit ins Boot zu nehmen, das war damals gar nicht so einfach, da waren sechs Parteien im Parlament damals vertreten, dann ist das nachher die Basis dafür, dass man ein erfolgreiches Projekt umsetzen kann. Also das war ein spannendes Projekt, aber der Erfolg dieses Projekts fußt auf der Entstehung und der gemeinsamen Vorgangsweise von allen im Parlament vertretenen Parteien. Und das hat die Barbara Brammer weggebracht. Jetzt bist du bekannt dafür, dass du eine große Verbinderin bist, du hast das gerade angesprochen, aber auch jemand, der Ecken und Kanten in der Politik zeigt, wenn es um die Interessen benachteiligter Bevölkerungsgruppen geht, wenn es um die Interessen der Frauen geht. Wie kann man das verbinden? Auf der einen Seite Ecken und Kanten und eine klare Botschaft, auch mit Menschenrechten, demokratiepolitisch, hast du dich sehr stark geäußert in letzter Zeit und auf der anderen Seite aber auch eine, die über die Fraktionen hinaus verbindend ist. Ja, ich glaube, das eine bedingt das andere. Also man muss eine klare Positionierung haben und Meinung zu all diesen zentralen Fragen, der Gleichstellung, des Humanismus, der Menschenrechte, auch unserer Demokratie, einer liberalen Demokratie insgesamt. Erst dann kann man in den Dialog treten. Erst dann kann man versuchen, wo nähert man sich auch politisch an, um gemeinsam etwas umsetzen zu können. Das ist in einer Demokratie wichtig, dass es parlamentarische Mehrheiten braucht. Und daher muss man eben den Dialog suchen und das Gespräch suchen über alle Parteigrenzen hinweg. Das tun wir im Parlament. Aber man braucht vorher sozusagen eine eigene klare politische Haltung zu diesen Themen. Und deshalb bedingt das eine das andere. Um zu guten Kompromissen und zu guten Maßnahmen für die Bevölkerung in unserem Land, für die Frauen, für die Schwächeren zu kommen, braucht es eben eine klare Positionierung und dann die Bereitschaft, jedes Argument ernst zu nehmen, sich damit auseinanderzusetzen und mehr versuchen, das Gemeinsame zu finden, als immer nur das Trennende in den Vordergrund zu schieben. Und da hast du in deiner Biografie eine ganz extrem spezifische Situation gehabt. Du warst erste Präsidentin des Nationalrats. Der Verfassungsgerichtshof hat damals entschieden, dass die Bundespräsidentenweise die Stichwahl wiederholt werden muss. Und das hat dann, glaube ich, ein halbes Jahr oder so gedauert. Und die Verfassung schreibt dir vor, dass in dem Fall, wenn der Staatsoberhaupt ausgefallen ist oder nicht sozusagen in Funktion ist, die drei Präsidenten als Kollegium die Funktion ausüben und du als erste Präsidentin warst sozusagen nach außen hin, der Staatsoberhaupt. Und da hast du wahrscheinlich sehr, sehr viel verbindende Aufgaben auch gehabt in dieser Phase. Also diese Zeit, dass sie das vakant waren, 202 Tage insgesamt. Das weiß ich natürlich genau, weil das schon neben auch der Funktion der Präsidentin des Nationalrats eine zusätzliche Aufgabe war, wo es wichtig war, das mit großer Demut und Zurückhaltung auch diese Funktion zu übernehmen, die die Verfassung einen in dem Fall auch zuteilt. Und ich habe mit den beiden anderen Präsidenten, es war Karl-Heinz Kopf damals und Norbert Hofer, im Kollegium die Entscheidungen getroffen. Das ist von Amnestieentscheidungen bis zu Benennungen und Ernennungen von Botschafterinnen und Botschaftern gegangen. Es ging aber auch um Dokumente, internationale Abkommen. Es ging auch um sozusagen dann noch einmal Bestätigung von Beschlüssen des österreichischen Nationalrats. Und wir haben das sehr professionell in aller Ruhe abgewickelt, ohne große öffentliche Diskussionen und ohne Amtsanmaßung. Also mir war es schon wichtig, wir warten jetzt darauf, dass die Österreicherinnen und Österreicher eine Wahl treffen, einen Bundespräsidenten auch wählen. Und diese Übergangsphase werden wir in aller Ruhe, aller Professionalität, wie die Bundesverfassung das vorsieht, abwickeln. Ich glaube, das ist uns auch gut gelungen. Ja, liebe Frau Präsidentin, du kennst ja den Chef der Politik wahrscheinlich wie keine Zweite. Jetzt bist du natürlich nicht immer in der Politik gewesen, hast auch einen Werdegang. Darf ich einmal, weil wir immer ein bisschen versuchen, also ein bisschen so biografisch auch Fragen zu stellen. Wie bist du sozusagen, wie war dein Weg in die Politik? Wie bist du in die Politik gekommen? Naja, es hat viel mit meiner Biografie natürlich zu tun, nachdem ich mit fünf Geschwistern und einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen bin. Also wir waren sechs Kinder zu Hause. Habe ich natürlich schon sehr früh irgendwie gesehen, dass es notwendig ist, dass die Großen auf die Kleinen aufpassen. Habe schon früh gesehen, dass wenn wir zusammenhalten, dass wir schlicht und einfach stärker sind. Habe gesehen, dass ich irgendwie so ein Gerechtigkeitsempfinden habe, weil Ungerechtigkeiten, die man als Kinder schon erlebt und schon wahrnimmt, gar nicht so beschreiben kann. Aber ich verspürte, dass das etwas ist, wo ich mir gedacht habe, das nehme ich nicht zur Kenntnis und habe dagegen angekämpft. Und es hat mich dann als Jugendliche vor allem die erste richtige politische Auseinandersetzung war in der Anti-AKW-Bewegung. War die Volksabstimmung zum Atomkraftwerk Zwentendorf. Eigentlich sozusagen im Gegensatz zur Sozialdemokratie. Das war eines der großen Projekte auch des Bruno Kreisky. Und in dieser Anti-AKW-Bewegung, da hat dann die Politisierung stattgefunden, hat sie dann auch weiter in sozialen Bewegungen. Es war die Frauenbewegung, es war die Friedensbewegung, die großen Friedensdemonstrationen Anfang der 80er Jahre. Also das war schon eine Zeit der politischen Auseinandersetzungen und ich war mittendrin. Ja, du hast die Bewegungen, die großen Bewegungen dieser Zeit angesprochen. Deswegen fehlen uns die heute oder sind sie irgendwie anders konfiguriert? Ich glaube, dieser Vergleich ist gar nicht zulässig. Also wir haben ja Klimabewegungen. Ich glaube, dass NGOs ganz wichtig sind, auch bei Menschenrechtsfragen mir ganz entscheidend ist, aber natürlich auch bei Umweltfragen. Das sind ganz wichtige zivilgesellschaftliche Bewegungen, die auch für die Politik wichtig sind. Aber warum das alles schwer vergleichbar ist, ist natürlich, weil sie die Kommunikationsmethoden verändert haben. Also von der Zeit, wo ich rede, hat es kein Social Media gegeben. Und daher waren die Formen, auch politische Inhalte zu transportieren, natürlich ganz andere, als sie es heute sind. Aber ich glaube, dass für eine Demokratie wichtig ist, dass es zivilgesellschaftliche Aktivitäten gibt im Bereich der Demokratie, der Menschenrechte, auch soziale Rechte. Und die Form hat sich schlicht und einfach, wie gesagt, aufgrund von neuen Technologien halt massiv verändert, wie wir kommunizieren. Naja, und du hast dich auch nie, du hast dich auch nie sozusagen in all deinen Funktionen irgendwie von den Menschen entfernt, wie du hast ja auf der einen Seite in der Mittervereinigung für Rechte der Mitter gekämpft. Und dann hast du ja bis zum heutigen Tag deine basispolitischen Funktionen, deinen Bezirk Leasing sozusagen hinter dir, wo du politisch tätig bist, wo du wahrscheinlich ein paar Mal in der Woche mit den Menschen draußen im unmittelbaren Dialog bist. Ich glaube, das ist ganz so wichtig, weil man hat ja sozusagen alle Statistiken. Ich weiß ja, dass Österreich leider Schlusslicht war, was das Wirtschaftswachstum betrifft. Man weiß, dass wir im Spitzenfeld der Teuerung gelegen sind. Und man weiß natürlich, was das für Auswirkungen auf das tägliche Leben hat. Aber wenn man in direkten Kontakt auch noch ist und wenn man die Gespräche führt, dann weiß man auch, was das sozusagen bedeutet, was das auch emotional bei den Menschen auslöst. Und ich glaube, dass das etwas ganz Wesentliches ist. Und die Rosa Jochmann, eine meiner großen Vorbilder, die hat immer gesagt, man muss natürlich hinschauen, aber nicht nur hinschauen, sondern es geht ums Hineinfühlen. Und ich glaube, das ist das, was sich die Menschen auch erwarten, dass man ihre Probleme nicht nur beschreiben kann, sondern sich hineinfühlen kann. Und das ist Voraussetzung dafür, dass man dann die Verantwortung dafür übernimmt, zu sagen, wie können wir da bessere Lösungen finden, als das jetzt in der Vergangenheit der Fall war, dass wir diese großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, die großen Problemstellungen, vor denen wir stehen, auch so bewältigen, dass sowas wie Zuversicht, Hoffnung, Chancengerechtigkeit für die Jungen in unserem Land wieder entstehen kann. Ich glaube, unsere Generation ist ja von Menschen wie Rosa Jochmann ganz besonders geprägt worden. Ich habe Rosa Jochmann ja auch sozusagen in der antifaschistischen Bewegung kennengelernt. Sie hat auch das immer gesagt, was ja hier auch gelebt wird, dass man sozusagen im Kampf gegen den Faschismus und gegen alle aufkommenden Tendenzen sozusagen eine Verbindung mit allen, die hier gleichen Wege sind, eingehen muss. Rosa Jochmann hat es besonders gut beschrieben. Wie sie gesagt hat, sie hat im KZ gelernt, es kommt nicht auf die Weltanschauung an, sondern es geht nur um einen anständigen Charakter. Ich glaube, dass unterschiedliche Weltanschauungen ein Element der Demokratie sind. Und ich glaube, dass wir auch unseren Vorfahren, wie Rosa Jochmann, die für Demokratie, Freiheit und Frieden bekämpft und gelebt haben und viele haben das mit ihrem Leben bezahlt. Aber dass in der gesamten Zweiten Republik dann viele unserer Vorväter und Vormütter für diese Demokratie, für soziale Gerechtigkeit, für den Fortschritt gekämpft haben, dass auf deren Schultern wir heute stehen. Und dass es wichtig ist, dass wir eine historisch gewachsene, breite politische Bewegung sind, die nicht das Fehler in der Vergangenheit passiert auch wären oder dass man im Nachhinein betrachtet, das eine oder andere anders machen würde. Aber wir können auf das aufbauen, was vor uns Generationen und Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten geschaffen haben. Wir haben ja zwei gemeinsame Freunde gehabt, den Rudi Gelbert, die Käthe Sasso, die beides sozusagen mit einer unglaublichen Energie auch noch im hohen Alter zu Jugendlichen gegangen sind, in Schulen gegangen sind, versucht haben sozusagen ihre Lebenserinnerungen zu verbreiten. Ich glaube, das ist schon ganz wichtig, dass man auch diese Erinnerungsarbeit hochholt. Und da hast du ja, du hast einmal Rudi Gelbert geehrt, du hast Käthe Sasso gehört, dir war das auch immer sehr, sehr wichtig. Und wenige Wochen vor dem Tod haben wir beide die Käthe Sasso in Niederösterreich an ihrem Wohnort ja auch noch besucht. Ja, wir müssen das jetzt weitertragen. Wir hatten das Privileg, sie noch kennenzulernen und die Zeitzeugen. Und wir müssen das jetzt weitertragen. Und daher sind wir, glaube ich, jetzt, wo man ja auch sagen muss, in ganz Europa stehen Demokratien unter Druck. Wenn wir uns die politischen Entwicklungen in Ungarn, in Italien, jetzt die AfD in Deutschland ansehen, dass auch in ihrer Tradition, wir wissen müssen, Demokratie, Frieden, das ist nicht selbstverständlich, sondern wir müssen immer darum ringen und wir müssen darauf achten, dass unsere liberale Demokratie nicht unter Druck kommt. Und ich glaube, Käthe Sasso, Rudi Gelbert, Rosa Jochmann, Rudi Schakuschi würden heute Seite an Seite mit uns stehen, um für diese liberale Demokratie mit aller Leidenschaft und Überzeugung auch einzutreten. Ja, das wäre schon jetzt meine nächste Frage. Wie würdest du denn jetzt generell, jetzt einmal abgesehen von der österreichischen Tagespolitik, wie würdest du denn die generelle politische Lage beschreiben? Ja, wir leben zweifelsohne in herausfordernden Zeiten, also global insgesamt. Sozusagen die Frage, wo steht Europa im Kontext zu den Vereinigten Staaten und deren politischer Entwicklung, wo wir auch gespannt hinschauen, aber auch China, wir erleben vor den Türen Europas furchtbare kriegerische Auseinandersetzungen und Gewaltakte von Nahen Osten bis Ukraine und den Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine. Also das sind schon Zeiten, die hätten wir uns vor wenigen Jahren und Ereignisse kaum vorstellen können oder auch nicht vorstellen wollen. Also wir sind da insgesamt schon sehr gefordert, auch was die internationalen Organisationen betrifft. Also wir haben im Europarat Entwicklungen, das Menschenrechtsgremium Europas, wo man sagen muss, wir müssen diese Institutionen auch wieder stärken, weil wir brauchen sie, weil ich doch die große Hoffnung habe, dass wir bald auch in die Rolle kommen, wieder auch als Europa uns nicht nur darüber Gedanken machen, wie können wir Kriege weiter sozusagen unterstützen, unterstützen ist jetzt eine Übertreibung, aber sozusagen Maßnahmen mit Kriegsmaterial zu entsenden, sondern wie kommen wir zu Friedensverhandlungen. Ich möchte ein Beispiel vielleicht nur sagen, die österreichischen Kinderfreunde haben vor wenigen Wochen da im Sommer ukrainische Kinder eingeladen. 50 Kinder aus der Ukraine, die haben Ferien vom Krieg gemacht und ich habe sie ins Parlament eingeladen und wir haben dann ein gemeinsames Mittagessen gehabt und im Wissen, dass diese Kinder am nächsten Tag wieder nach Hause gefahren sind, in den Krieg gefahren sind. Kein Strom teilweise, kein Wasser, die nicht wissen, wenn der Winter jetzt kommt, was auf sie zukommt. Das war nicht nur sehr bedrückend, was diese Kinder erleben, sondern das hat auch wieder vor Augen geführt, dass wir die Verpflichtung haben, mehr Energie darauf zu verwenden, dass diese Kinder auch wieder in Frieden leben können. Und da sind internationale Organisationen gefragt und deshalb bin ich für eine Stärkung dieser internationalen Organisationen, ich bin für eine Stärkung der diplomatischen Beziehungen und nicht der militärischen Auseinandersetzungen und ja, ich hoffe, dass wir die Weichen bald in diese Richtung stellen können. Da können auch Städte wie Wien einen großen Beitrag leisten. Wien sowieso sozusagen als UNO-Standort, Wien als OSZD-Standort, Wien als die Stadt, die immer für Friedensverhandlungen gestanden ist und Österreich als neutrales Land. Also Wien kommt eine ganz bedeutende Rolle zu. Vielleicht noch ganz zum Schluss die Frage, wir haben durch die ganze Diskussion rund um Klimawandel und Erderhitzung und so weiter, das ist ja für uns schon auch immer verbunden auch mit der sozialen Frage. Am Ende des Tages wird man die Frage stellen, wer finanziert das, wer kommt dafür auf, dass alternative Energieformen sozusagen entwickelt werden und zur Anwendung kommen. Wie stark ist das jetzt im Tagespolitischen drinnen, diese Frage, diese soziale Frage des Klimawandels? Die soziale Frage steht im Mittelpunkt, weil es gibt keine liberale Demokratie ohne soziale Gerechtigkeit. Also wenn die Menschen das Gefühl haben, in einem Land zu leben, das nur ungerecht abläuft, wo die, die es eh besser haben, denen noch besser geht und die Kluft zwischen Arm und Reich weiter auseinander geht und der Mittelstand, der hart arbeitet, sich anschränkt, Abstiegsängste hat, dann ist das demokratiegefährdend. Und daher sind alle Themen, die wir haben, die ganz wesentlich für die Zukunft sind, nämlich die Frage, reagieren wir richtig auf den Klimawandel, nur mit der sozialen Frage zu sehen. Gehen wir, wie gehen wir um mit der Frage der Gleichberechtigung, nur mit der sozialen Frage zu sehen. Also ich glaube, das ist nicht loszukoppeln. Wir können all diese Fragen der Gleichberechtigung, des Klimawandels, nur dann auch richtig beantworten und die Bevölkerung mitnehmen, wenn sie die Chance sehen, in einem Land zu leben, wo es soziale Gerechtigkeit herrscht, wo es auch, man weiß, dass der Wohlstand gerecht verteilt wird, wo man weiß, wenn man sehr anstrengt und hart arbeitet, dann schafft man auch für die nächsten Generationen eine gute Zukunft. Und daher hängt es unmittelbar zusammen und ist untrennbar. Alle vier von dir genannten Personen, von Sarkoschi bis Rosa Jochmann, der Rudi und die Kette, haben immer gesagt, das Fundament der Demokratie ist der Sozial- und Wohlfahrtsstaat. Dem ist nichts hinzu. Dem ist nichts hinzu. Ich habe noch zwei Fragen, zwei kurze Fragen. Wenn heute eine ganz junge Abgeordnete oder ein ganz junger Abgeordneter zu dir kommt und du nimmst dafür die Jungen sehr viel Zeit, ich weiß das, und sagt, worauf kommt es in der Politik an oder worauf kommt es an, wenn ich jetzt in den Nationalrat komme, was würdest du da antworten? Glaub daran, dass die Ideen, die du da mitbringst in dieses Haus, warum du gewählt wurdest, glaub daran, dass die auch umsetzbar sind. Und glaub daran, dass im Gespräch, im Versuch sozusagen auch im Dialog zu Lösungen zu kommen, dass das möglich ist. Und arbeite daran und bleib deinen Wurzeln verbunden. Und die letzte Frage, bevor ich noch eine Schlussbemerkung habe, die letzte Frage ist, wann kriegt man bei der Präsidentin Burris einen Ordnungsruf? Ja, dann, weil man die Würde des Hauses verletzt. Das passiert leider viel zu oft. Aber um es zu sagen, die meisten Ordnungsrufe, überzahlte Ordnungsrufe, sind männliche Abgeordneten, Frauen im Parlament, die weiblichen Abgeordneten, gehen da mit diesem Haus würdevoller um, als das manche männliche Kollegen machen. Ich verstehe. Ein Appell an die Männer im Haus. Zusatzfrage zum Schluss. Du bist ja auf Social Media aktiv und so weiter. Und du bist ja nicht nur Politikerin, sondern du hast ein bisschen auch, wenige Stunden auch Privatzeit. Was magst du, außer wenn du dich ums Enkel kümmerst, was magst du sozusagen in deiner Freizeit? Oder gibt es Interessen, die dich ganz besonders bewegen? Auf Social Media kann man so eine leichte Neigung zum Wandern erkennen in letzter Zeit. Nicht für alles habe ich ein bisschen zu wenig Zeit. Für das Enkel habe ich ein bisschen zu wenig Zeit. Wandern gehört zu meinen großen Leidenschaften. Das liebe ich deshalb so, weil ich so gern in der Natur bin und auf den Bergen bin. Und ich habe doch das Gefühl, wenn man dann oben am Gipfel steht, nicht nur, dass man mega stolz auf sich selber ist. Also ich, wenn ich das dann geschafft habe. Wenn man mit dem Bauch aufbekommt, ist man oben stolz. Man blickt einen anderen Blick. Es erweitert sich auch der Horizont, wenn man oben steht und in die Landschaft blickt. Und in die Landschaft blickt. Ich habe ein bisschen zu wenig Zeit, auch um Kultur. Wir treffen uns oft, zum Beispiel letztlich bei den Bregenzer Festspielen. Festspielen, ja, als Beispiel. Also ich habe viele Hobbys, von Sport über Kunst, Kultur, meine Familie natürlich. Und das versuche ich alles unter den Hut zu bringen. Politiker, wie du weißt, da nimmt auch viel Zeit in Anspruch. Absolut. Liebe Frau Präsidentin, ich danke dir erstens einmal für deine Zeit. Zweitens, dass wir hier im Parlament im Reflektorium sein durften. Ich wünsche dir persönlich, jetzt nicht nur für den Wahltag dann natürlich auch, aber persönlich sozusagen für alles, was kommt und für dein weiteres politisches Engagement alles, alles erdenklich Gute. Vielen herzlichen Dank und alles Liebe. Vielen Dank. Kommen Sie erwachsen. Bis zum nächsten Mal.